Halli hallo und willkommen zu einem neuen Video. Es gibt wieder ein Video, die Post war da. Paket 407 sollte das sein. Das ist zwar auch so ein schlankes Paket wie 406, aber es ist irgendwas metallisches drin. Wir schlagern das lang. Wir gehen nicht runter auf den Tisch. Dann gucken wir mal, was da rauskommt. So, also in der letzten Bestellung sind ja die Sous von Alicia, wo hinter mir sitzt, rauskommen. Und ich mal, ich habe Greike bestellt. Greike, die wo es mitbringt, dass sie mir eine Infrarotheizung bestellt haben. Sie wissen ja, dass das eine Tafel ist, wo man drauf malen kann. Und für Tafel braucht man Greike und hier habe ich Greike bestellt. Dann kann ich jetzt praktisch, wenn ich jetzt Videos mache, in der Ansicht, wo man die Tafel, wo hier links von mir ist, dann sieht, da kann ich jetzt mit Greike draufschreiben, um was es im Video geht. So, was soll man? Mal gucken, wie wir das mal ausprobieren, wie das überhaupt aussieht. Wenn ihr dann in einem meiner nächsten Videos seht, aus der anderen Perspektive, dass die Tafel bemalt ist, mit der Greike war das dann wieder ein sehr kurzes Video. Die Post war da, 400 Stiefer war das, hier seht uns. Ja, Justin Diamond, Alvin, let's go. Ja, 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 ja. I'm in a whip with a thotty, lookin like sky breeze, she got a body, ey. And she been callin' me daddy lately, want me to put her in toddy, yes. And they both deserve it.